Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video meinerseits, nämlich über den Xbox One Elite Controller 2. Dieser Controller, glaube ich muss ich nicht sagen, liegt einfach wunderbar in der Hand. Das ist bei jedem Xbox One Controller so gewesen, so ist es auch hier. Er ist einfach eine wahre Wolke, die Druckpunkte sind perfekt. Er liegt einfach wunderschön in der Hand, er ist super geil verarbeitet. Hier sehen wir das ganze Stück von vorne. Es ist eine Menge dabei, hier ist der Karton, es ist ein Case dabei, es ist Zubehör dabei. Es lässt im Endeffekt keine Wünsche offen. Hier sehen wir den guten Controller von hinten, man sieht jetzt schon die vier Extra-Tasten da unten und die Trigger-Stop-Funktion, wo ich natürlich gleich drauf eingehen werde. Hier sehen wir schon mal, hier haben wir schon mal einen Trigger-Stop angehabt auf beiden Seiten. Wir sehen die vier Tasten, die wir natürlich auch auswechseln können. Wir können uns natürlich auch andere Trigger dafür kaufen. Die sind aus Metall oder so einer Art Metall, sage ich einfach mal. Wir sehen die Ladestation, die drei Pins da vorne und hier können wir quasi die Trigger einstellen. Hier haben wir Trigger-Stop, dann haben wir quasi einmal komplett voll für Rennspiele oder sowas und den mittleren Weg. Ui, ist zwar da, aber ich weiß halt noch nicht, für was man unbedingt den mittleren Weg haben muss. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr es mir sagen. Hier sehen wir das schöne Stück von vorne, aber wirklich schöne Stück. Wir haben die Analog-Sticks, die können wir natürlich wechseln, sei alles magnetisch. Wir können, da sind auch schon welche dabei, im Case dabei, da kann man sich bis auslassen. Hier sehen wir halt diesen Schlitz, damit können wir quasi den Controller besser einstellen, erzähle ich euch gleich nochmal. Die Steuerkreuze können wir natürlich auch wechseln, es sind zwei Stück dabei, ein normales Steuerkreuz und dieser Teller, sage ich einfach mal. So, wenn wir das Ding eingeschaltet haben, können wir hier sehen, wir können quasi Profile wechseln. Zwischen 1, 2 und 3, wir haben drei Profile für jegliches Spiel etwas. Dann sehen wir vorne L2 und R2, die sind jetzt leicht geriffelt vorne, was den Grip einigermaßen verbessern soll. Hier sehen wir das Case, was dabei ist, sehr hochwertig. Auch hier sind halt schon Analog-Sticks dabei, sage ich einfach mal, die, wie gesagt, magnetisch halten. Und auch diesen Schlüssel, womit wir diese Analog-Sticks, die Wege schwerer oder leichter machen können, mechanisch. Das geht natürlich auch als eine Software, das wird alles per Microsoft in den Microsoft-Store-App gestartet oder halt auch über die Microsoft, über die Xbox. Eine extra App wird dann runtergeladen, sobald das Ding anschließt. Hier sehen wir die Ladestation, eine Dockingstation quasi, ist gummiert. Einfach per USB einschalten, der Akku hält Ewigkeiten, sage ich euch, wirklich Ewigkeiten. Wir können das Ganze auch im Case laden, das ist eine sehr geile Sache. Leider hat Microsoft nicht mitgedacht und hat da nicht einen kleinen Akku eingebaut, um das Ganze dann währenddessen den Beischung mal zu laden. Dieser Controller kostet ca. 150, 170 Euro. Und jeder, der einen Elite-Controller braucht, gerade für PC oder Xbox, nimmt den. Deine можете zum Sie